Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es wieder Highlights der Solo-Hype-Night, allerdings diesmal nicht von europäischen Servern, sondern von asiatischen Servern, da man ja mit der Zeitverschiebung das Ganze tatsächlich doppelt spielen konnte und so haben wir von 10 bis 13 Uhr dann die asiatische Hype-Night gespielt. Danach haben wir dann direkt die FNCS gespielt und nach der FNCS haben wir dann direkt die europäische Hype-Night gespielt, war auf jeden Fall sehr, sehr nice, was man da alles so an Hypen nochmal mitnehmen konnte durch den doppelten Hype-Night Cup und auf den asiatischen Servern einfach mit 300er Ping zu spielen. Das ist manchmal auch ziemlich witzig, man kann ihn mal nicht bauen und deshalb muss man sich aufs AIM konzentrieren. Ich hoffe euch gefallen, auf jeden Fall die Highlights, lasst natürlich gerne hier ein Abo auf dem Kanal, da wir sind auch kurz vor den 300 Abonnenten. Außerdem checkt ihr natürlich gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus, dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal, wir sind dort auch extrem kurz, noch kürzer vor den 50 verloren als hier auf YouTube vor den 300 Abonnenten. Ich würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn ihr das schaffen könntet. Dort wird es wahrscheinlich morgen zum Update dann auch wieder einen Stream geben und schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr lieber als erstes die Highlights der Hype-Night, die ich am Samstagabend noch gespielt habe, also auf den europäischen Servern gespielt habe, ob ihr die zuerst sehen wollt oder Road to Champion Highlights, weil ansonsten eventuell das andere erstes Mal ein bisschen wieder nach hinten verlegt werden muss, weil ich einfach so viel Content habe, was ich noch hochladen kann. Schreibt es deshalb gerne in die Kommentare und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Highlights. Irgendwie hätte ich jetzt nochmal Bock auf so ein fettes Winterroyal. Der passt überhaupt nicht. Ich habe ihm mehr als 120 Damage gegeben, 100, 150 Leben. Eierhit! Der ist schon ganz gut abgetrackt jetzt. Ich habe einfach sieben, äh, ich habe einfach zwölf Nades. Habt ihr alle auf den geworfen? Er hat safe seine ganzen Mets verballert. Aber, egal. Ich glaube, der hat so ungefähr fünf HP. Ich habe mich chillt. Oh, der hatte C4. Oh, der ist übel heftig noch. Safe nochmal besser, also in public. Oh, wow. Hier auch einfach viel besser. Die sind halt einfach viel besser in vorn. Oh, der ist mir nicht mal mehr aufgefallen. Safe habe ich nicht mal mehr gespielt an dem Fall. Oh, nein. Ich hätte ihn... Ich hätte ihn... Soll ich mal den Olli-Gleiter nehmen? Der macht... Stabil. Ja. Die sind ja wirklich einfach... Und jetzt habe ich die Tormiga. Der Europäer. Wir Europäer, die scheiß... Ja, die ist so schlecht. Oh, der ist so los. Schnellschlüsse. Die Gegner. Digga, ich pushe die Gegner schon. Genau. Vier Kills. Let's go. Ich habe auch Fins. Aber für was soll ich den Grappler mitnehmen? Ich würde schon fast sagen, für Tag. Scheiß auf Tag. Fuck. Gut. Ich werde nur Paradisemonover sein. Ich werde nie bei dir. Schnellschlüsse. Und ich habe auch den Kapitel schon heraus. Ich werde nicht Controls troubling. Was ist toll. Ich werde mich trotzdem Ad reverten. Ich bin auf der Seite. Ah nein, ich konnte nichts gegenbauen.